Welcome back meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben schon sehr, sehr viele Themen durchgesprochen und natürlich auch sehr spannende Themen und so wird es auch heute weitergehen. Und zwar, wir werden uns darüber unterhalten, warum Inflation unser Ende sein kann und Bitcoin unser Staat. Ich meine, es gibt schon sehr viel Content da draußen zum Thema Inflation, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Menschen da draußen verstehen noch nicht wirklich, was für sehr drastische Konsequenzen und Folgen eine starke oder auch eine leichte Inflation hat und wie unser System damit zusammenhängt und welche Lösungen am Ende Bitcoin darstellen kann. Genau darum wird es heute gehen und falls du noch weitere interessante Themen hast, die gerne besprochen werden sollen, dann lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, dann werde ich darüber in den folgenden oder in den kommenden Tagen oder Wochen Videos darüber machen. So, falls euch das Format gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne diesen Kanal, falls euch Bitcoin-Content gefällt und wir starten natürlich direkt rein und verlieren auch gar keine Zeit. So, ich habe natürlich wie immer eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich finde, so kann man das ganze Thema einfach anschaulicher darstellen und natürlich auch verstehen. Hier die Überschrift Inflation ist unser Ende und Bitcoin der Staat. Und genau darum wird es heute gehen und wir reden auch nicht zu lange. Wir starten direkt rein, kurz wieder mit einer Einleitung und dann gehen wir direkt tief in die Thematik rein. So, erstmal müssen wir ganz am Anfang klären, um zu verstehen, wie schlecht eigentlich die Inflation ist. Für jeden von uns, egal wer, müssen wir erstmal verstehen, okay, was ist eigentlich Inflation und was ist die Definition. Ganz einfach runtergebrochen, unter einer Inflation auf lateinisch Inflare, was so viel bedeutet wie Aufblähen oder Anschwellen, versteht man heutzutage einen Preiseinstieg oder eine Verteuerung. Prinzipiell war damit aber eigentlich nur die insgesamte Geldausdehnung oder Aufblähung gemeint. Also genauso wie jetzt hier auch beschrieben. Und das bezieht sich auf alle Waren. Das bezieht sich nicht auf einzelne Waren. Also sprich, wenn zum Beispiel jetzt nur die Milch teurer werden würde im Supermarkt, redet man hier nicht von einer Inflation, sondern das kann auch andere Gründe haben. Also zum Beispiel momentane Knappheit, Krisen oder sowas. Und wenn aber über einen längeren Zeitraum das gesamte Sortiment, das kann wirklich alle Lebensmittel, Kleidung und branchenübergreifend natürlich sein, die Dinge teurer werden, dann redet man von einer Inflation. Also soviel erstmal dazu. So, jetzt machen wir ein kleines Beispiel, wie denn eigentlich so eine Inflation, so eine Aufblähung der Geldmenge entstehen kann und was am Ende die Folgen sind. Ich mache natürlich hier ein ganz einfaches Beispiel. Man könnte extrem tief in die Thematik reingehen, aber dieser Content soll ja am Ende für jeden sein. Also, wir gehen davon aus, dass ein Markt eine gleichbleibende Gütermenge hat. Und jetzt haben wir 100 Personen. Und jeder dieser 100 Personen hat jetzt 100 Euro. Okay, erstmal nichts Dramatisches. Und wenn jetzt eine weitere Person dazukommt, die jetzt zum Beispiel 10.000 Euro hat, sie hatte am Anfang 100 Euro, aber hat aus dem Nichts weitere 10.000 Euro bekommen, weil es gedruckt wurde oder aus dem Nichts einfach erstellt wurde, und geht in denselben Wirtschaftskreislauf wie diese 100 Personen. Dann hat diese Person ja erstmal mehr Kaufkraft. Aber wenn sie anfängt, das Geld auszugeben, sobald sie es, solange sie es noch nicht ausgegeben hat, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann ist es nicht im Wirtschaftskreislauf und es hat keinen Effekt auf andere Personen. Aber sobald das Geld ausgegeben wird und in den Kreislauf gerät, dann passiert eben die Dramatik. Und zwar erstmal hat sie mehr Kaufkraft. Da spricht man auch von Catenoreffekt, weil sie sozusagen an der Geldquelle sitzt und dadurch erstmal vor allen anderen, bevor die Geldmenge verwässert, sozusagen die Möglichkeit hat, damit Waren, Güter und Dienstleistungen zu beziehen. und wird damit automatisch, sobald es sich verteilt, den Preis nach oben treiben. Das ist eine ganz einfache Markttheorie. Wenn du mehr Münzen, mehr Scheine zur Verfügung hast über die gesamte Menschheit, dann wirst du auch automatisch mehr für ein Produkt bieten. So, jetzt ist aber die Frage, Preise werden teurer, ist es ein Problem? Erstmal nicht. Jetzt ist aber die Frage, wie verteilt sich das Geld? Würde sich das Geld jetzt gleichmäßig auf alle Personen gleichzeitig verteilen oder gleichmäßig verteilen, dann wäre das erstmal nicht so ein großes Problem, außer dass das Geld aus dem Nächsten geschaffen wurde. Aber da das Geld sich niemals 100% gleich verteilt, sondern immer manche mehr haben, manche weniger haben, wenn diese Geldschöpfung passiert, wird für manche dieser Preisanstieg unbezahlbarer und für manche bezahlbarer. Aber meistens ist es so, dass es nie 100% effizient verteilt wird. So, das bedeutet, wenn du dich aber dem System entgegenstellen möchtest, wenn du sagst, boah, ey, das ist jetzt aber nichts für mich, dieser Euro, wie, der kann aus dem Nichts geschaffen werden, dazu kommen wir später auch noch, aber ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht, wie Geld entsteht, was Fiat-Geld eigentlich ist und, und, und. Und wenn du versuchst, dich dem System zu entziehen, ja, dann wirst du strafbar gemacht und kannst dafür ins Gefängnis gelangen. Bedeutet, wir haben keinen freien Markt, sondern wir haben ein aufgezwungenes Geldsystem, wo einzelne Akteure sich Kredite nehmen können, die Geldmenge des insgesamten Volkes verwässern und die Verteilung ungerecht wird und dadurch sozusagen es für manche immer schwieriger wird und mehr Geld sich bei den oberen 1-2% anhäuft und unten eben weniger. So, gehen wir auch schon direkt weiter, das war nur ein kleines Beispiel. Also, Geld kommt aus dem Nichts beziehungsweise das Fiat-Geld kommt aus dem Nichts. Weil, wie wir schon gelernt haben, kann Geld am Ende alles sein. Meistens ist besseres Geld oder hartes Geld etwas, was sehr nah an der Physik ist und das kann nicht eben aus dem Nichts geschaffen werden, weil auch die physikalischen Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden können und für jeden gleich sind. So, nun ist es aber so, dass wir dieses Schuldscheingeld haben. Am Ende ist Fiat-Geld nichts anderes als ein Schuldschein, ein Beweis dafür, dass Schulden entstanden sind. Und es gibt keinen anderen Prozess, als diese Schulden aufzunehmen, dass neues Geld ins System kommt. Nur über diese Schulden kommt sozusagen neues Geld ins System. So, und wie ist es jetzt nun? Wie kann dieses Geld ins System kommen? Und zwar, ganz einfach gesagt, wir haben eine Institution, zum Beispiel eine Bank, und sie muss jetzt hier nur 1% Sicherheit hinterlegen. Es ist ein bisschen anders, je nach Region, also je nach Land zum Beispiel, aber sagen wir jetzt mal, es ist ungefähr 1%, muss sie von ihrem eigenen erfundenen Geld hinterlegen, um noch mehr von diesem Geld zu bekommen, beziehungsweise muss es ja sowieso jeder nutzen und kann dann weitergegeben werden. Also sprich, am Ende ist eigentlich das Fiat-System oder das Euro-System nichts anderes, wenn wir Schulden aufnehmen, als dass wir eigentliche Kaufkraft, eigentliche Energie und Zeit, das, was am Ende Geld ist, deine Lebenszeit, was du versuchst zu konservieren in einem möglichst hartsten Gut, wird aus der Zukunft, aber bereits schon in die Gegenwart transferiert, weil wir sagen, ja, wir werden auf jeden Fall in der Zukunft diesen Wirtschaftswachstum haben und so, deswegen ist ja kein Problem, wir können ja jetzt schon mal das vorwegnehmen, wir werden das ja sowieso erreichen, diesen Punkt. So, und dann spekuliert man eigentlich darauf, also an sich macht man eine Wette darauf, dass man die Mittel perfekt verwendet und auf jeden Fall diesen gewünschten Zustand, der diesen Kredit rechtfertigen würde, auf jeden Fall erreicht. So, jetzt ist es aber so, dass wenn nur 10% von diesem Ziel nicht erreicht werden würde, ist schon eine Riesenkatastrophe wäre. Aber in der Regel ist es noch viel, 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 viel weniger. Und was passiert dann? Ja, wir merken, okay, wir sind an diesem Punkt, uh, es hat nicht ganz gereicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Geld hätten, dann würden wir es auf jeden Fall schaffen und dann müssen wir aus der Zukunft wieder Geld nehmen und machen wieder eine Wette darauf, dass wir ja diesen Wirtschaftswachstum haben werden in der Zukunft. Und so haben wir eine Negativspirale und schaffen uns so einen Schuldenhaufen, der immer weiter ansteigt und fast nicht abgebaut wird, vor allem mit einem Schuldscheinsystem, was wir aus dem Nichts erfunden haben, nicht mehr an harte Ressourcen gekoppelt ist und nur 1% von deren eigenen Schuldschein als Sicherheit hinterlegt werden muss. Und hier merken wir schon, dass das Ganze einem sehr starken Schneeballsystem gleicht und in sich selber langfristig gar nicht funktionieren kann. Wir reden hier über langfristig, also nicht über die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern langfristig über die nächsten 50 Jahre und wir sehen auch, dass das Fiat-System in der Menschheitsgeschichte nie länger als 100 Jahre funktioniert hat. So, und jetzt, wenn man denkt, ja, dieses Inflationssystem, das ist ja jetzt nur hier von der Neuzeit und wir schaffen das schon vielleicht irgendwie. Früher gab es sowas ja auch nicht. So, dann muss ich euch leider enttäuschen, auch früher gab es schon Inflationssysteme. Auch die Bibel beredet bereits in Matthäus 24, Johannes Offenbarung 6, Vers 5 schon über die apokalyptischen Ritter, wo eben einer der Apokalypsen sozusagen die Inflation ist. Und selbst in der Bibel eben wird darüber geredet, was schon, finde ich, sehr, sehr krass ist, aber natürlich auch im Rom, im alten Rom haben wir das gesehen, zum Beispiel der Denar, das war damals die Währung und selbst die wurde innerhalb von 200 Jahren ungefähr über 95% inflationiert. Das bedeutet einfach, dass sie nicht irgendwelche Scheine gedruckt haben, sondern sie haben einfach den Silbergehalt und auch später mal den Goldgehalt einfach rausgenommen und sozusagen das Ganze immer weiter inflationiert und sozusagen das Geld eingesammelt mit den Edelmetallen und aber rausgegeben das oder die Münzen, die wo einfach dann später weniger Gehalt hatten. Und so haben sie sozusagen ihre Wirtschaft ruiniert und haben sie sozusagen so langfristig selber geschadet und dadurch auch den Untergang eingeleitet. So, nun stehen wir vor einem Neuzeitproblem und zwar das Fiat-System. Denn auch wir unterliegen dieser Problematik seit vor allem 1971, seit zu 100% das Fiat-System nicht mehr mit Gold gedeckt ist. Und am Ende bedeutet das Fiat-System oder das Wort Fiat nichts anderes als es werde, so viel es werde aus dem Nichts und wir haben keine Deckung mehr, also keine Deckung mehr, die uns sozusagen an die Physik bindet und damit ist aber auch gleichzeitig Gold gescheitert. Denn ein großes Problem, was Gold hatte oder immer noch hat, ist, dass es dem Orakelproblem unterliegt. Sprich, wir können niemals kontrollieren, wie viel Geld oder wie viel Gold jetzt wirklich hinterlegt wurde für eine Menge von Geld, weil wir einfach es nicht können, in jeden Tresor dieser Welt, egal in welchem Land, gleichzeitig reinzuschauen. Wir müssen immer vertrauen, dass die Banken, die Staaten oder die Institutionen, die Privatpersonen, jeder auf dieser Welt immer die Wahrheit sagt, wie viel Gold es wirklich gibt, um am Ende wirklich zu verifizieren, wurden wir jetzt hier angelogen, stimmt es, wurde Inflation betrieben und heutzutage ist auch gesichert, dass, da spekulieren sich ein bisschen die Geister, aber, oder trennen sich ein bisschen die Geister, dass die achtfache Menge an Wertpapieren von Gold rausgegeben wurde, als es wirklich Gold gibt. Manche sagen sogar, es ist die 120-fache Menge. So oder so ist es stark inflationiert worden. Und Richard Nixon hat eben 1971 diesen Goldstandard getrennt und hat gesagt, das ist nur ein Provisorium für sieben Jahre, aber wir wissen ja, dass nichts stärker hält als ein staatliches Provisorium und schon seit über 50 Jahren haben wir unser vierte System, was nur noch mit Vertrauen, Luft und Liebe und natürlich den Gesetzen gedeckt ist. So, nun müssen wir aber verstehen, dass eine Inflation auch eine Sache der Neuzeit ist, sogar noch viel, viel mehr, als es vielleicht sogar früher war. Wir haben hier eine Liste von allen Hyperinflationen, die es bereits seit den letzten 100 Jahren gab. Überall. Wir sehen es in Australia, wir sehen es in China, wir sehen es in Chile, wir sehen es in Brasilien, wir sehen es überall. Also es ist wirklich keine Sache, die es vielleicht nur jetzt geben kann oder ganz weit früher gab. In den letzten 100 Jahren gab es sowas extrem oft und ein System ist meistens in einer Inflation gescheitert. Und auch wenn wir jetzt mal vergleichen, der Goldpreis, auch wenn er hart inflationiert ist, aber der Goldpreis ist im Verhältnis zu dem Fiat-System immer noch extrem stabil. Also eigentlich der Mark, Reismarkt, deutsche Markt, Euro, Yen, alles ist im Verhältnis zum Gold in einer Hyperinflation. So und jetzt möchte ich euch eine Seite zeigen, die wirklich sehr, sehr, sehr cool ist. Sie ist jetzt hier vom Blog Trainer. Die meisten kennen ihn, denke ich. Abgeleitet von der ursprünglichen Seite What the Fuck Happened in 1971. Jetzt hier das Ganze auf Deutsch mit noch ein paar mehr Grafiken. Finde ich ganz cool und kurzen Beschreibungen. Also hier sehen wir jetzt die Geldmenge M2 seit 1971, wie sie ausgeweitet wurde. Und wir sehen hier, dass hier es relativ gering war, als wir noch einen Goldstandard hatten. Aber sobald der Goldstandard aufgehoben war, haben wir uns das als Anlass genommen, einfach unendlich Geld in den Markt zu drucken und zu denken, ja, wir können einfach Kaufpreis aus der Zukunft nehmen, ein bisschen umverteilen, wir wissen ja, wie es läuft und das Beste sozusagen rausholen. Aber wir haben gemerkt, dass das nicht der Fall war. Und auch wenn wir damals die Häuserpreise oder egal welche Preise wir betrachten, um ein Vielfaches gestiegen sind, aber der Wohlstand am Ende nicht unbedingt gestiegen ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch eingehen. Also schaut euch wirklich diese Seite an. Hier sehen wir, was alles seit 1971 passiert ist. Sei es jetzt Geburtenraten sind runtergegangen, Scheidungsraten sind hochgegangen, Preise sind sowieso hochgegangen, die Spaltung der Gesellschaft ist vorangetrieben worden, Immobilienpreise sind hochgegangen, oder sei es mal Einkommen sind im Verhältnis zu dem Vermögen, zur Geldmenge geschrumpft und und und. Also schaut euch das wirklich an. Das ist extrem spannend und verblüffend, was komischerweise genau seit 1971 in dieser Phase passiert ist. Und man könnte meinen, dass wir eigentlich seitdem schon in einer Krise stecken. So, jetzt schauen wir uns aber an, wie sich eigentlich so eine Inflation zusammensetzt, zumindest wie eine EZB zum Beispiel die Inflation berechnet. Weil wenn wir in die Medien schauen, dann hören wir eigentlich nur, ja, jetzt hier 2,2% Inflationsrate, boah, ist doch gar nicht so schlimm. Ich meine, wir sind auf einem guten Weg und Wirtschaft steigt und bla 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 bla. So, jetzt ist es aber so, dass wir verstehen müssen, dass die Inflationsrate immer bemessen wird am Monat, am selben Monat, ein Jahr davor. Also bedeutet, wenn wir eine Inflation von 2% haben, was auch viele nicht verstehen, dann ist es nicht, weil wir plötzlich nur 2% haben im Preis von mal vor 5 Jahren oder sowas, sondern im Verhältnis zu letztem Jahr. Also es wird nicht weniger, sondern es wird einfach nur ein bisschen weniger, mehr, wenn die Inflationsrate sinkt. Wir müssen eine Deflation haben, also sprich, es müsste komplett zurückgehen, die Inflation, damit wir vielleicht mal auf Preise kommen, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Aber nein, es wird immer mehr. Und 2% ist nicht gut. 2% bedeutet trotzdem, dass du in einigen Jahren 30% Wertverlust hast. Also das ist überhaupt nicht gut. Das ist erstmal der erste Punkt, den viele nicht ganz verstehen. So, jetzt schauen wir uns den CPI an, also den Consumer Price Index. Und die EZB ist ganz pfiffig. Sie sagt, ja, wir schmeißen einfach alles in einen Warenkorb und sagen, ja, da müssen Lebensmittel rein, die beobachten wir, da muss Kleidung rein, da muss Kommunikationsmedien rein, da müssen Restaurants, Hotels rein und, und, und. Und am Ende hat man einen Warenkorb und den beobachtet man. So, jetzt ist es aber so, dass natürlich dieser Warenkorb selbst zusammengestellt wird. Und man kann sich den so ein bisschen wie so eine Waage sozusagen, ja, selbst zusammensuchen und schauen, was passt und was passt nicht. Und wenn man ein Produkt aus der Reihe tanzt oder zum Beispiel, weil es nicht mehr gekauft wird, weil der Preis zu stark gestiegen ist, was eigentlich ein natürliches Signal wäre vom Markt, sagt man einfach, boah, ja, tauschen wir jetzt einfach mal aus, dann sieht das Ganze schon wieder gar nicht mal so wild aus. Also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Sache, die man hier berücksichtigen muss. Die nächste Sache ist, dass viele Dinge aber auch gar nicht enthalten sind. Also zum Beispiel sowas wie jetzt Immobilien oder sowas wie jetzt Edelmetalle, Aktien oder manche Arten von Versicherungen sind zum Beispiel jetzt gar nicht in diesem Consumer Price Index enthalten, aber wenn wir mal ein paar Aktien anschauen, wie Nvidia oder andere Aktien, dann sind die aber über die letzten 10 Jahre extrem gestiegen und wenn wir die mit reingenommen hätten und ein paar Produkte vielleicht nicht rausgenommen hätten, dann würden wir bei einer ganz anderen Inflation sein, die man natürlich immer wieder zum Vormonat des Jahres betrachten muss und dann merkt, scheiße, die Sachen sind echt teuer geworden. Und was dem jetzt noch entgegensteht, ist natürlich der technologische Fortschritt. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir mehr technologischen Fortschritt gehabt, vor allem durch das Internet und und und, wie in den letzten hundert oder tausenden Jahren nicht. Und man müsste jetzt eigentlich denken, hey, dadurch hat jeder mehr Geld zur Verfügung, aber es ist nicht so. Wir können heute ein Unternehmen, was 2000, 2000 sagen wir, oder 1999, 25 Mitarbeiter hatte oder 30 oder 40 Mitarbeiter hatte, können wir heute wahrscheinlich mit fünf Mann betreiben. Also haben wir eine fast Verzehnfachung, okay, nicht Verzehnfachung, aber sagen wir mal eine Verfünffachung der Produktivität oder Effektivität und des Fortschritts. Aber trotzdem haben wir am Ende nicht unterm Strich mehr. Ihr fragt mal die Leute, die jetzt 40, 50 sind, ob sie 99 so viel weniger hatten als heute. Also ich würde sagen, sie hatten nicht weniger. Ich würde sagen, sie hatten vielleicht sogar mehr oder gleich viel wie jetzt. Aber normalerweise müssten wir 5, 6, 7 Mal mehr haben. Heute mehr Wohlstand, mehr Ressourcen, mehr auf der Seite als zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn wir hier diese 2,2% haben, müssen wir verstehen, dass die Deflation da schon mit reingerechnet ist. Also bedeutet, dass wir eigentlich diese Zahl hier noch viel höher hätten. Weil die Deflation geht uns ja voran. Dieser Fortschritt, der eigentlich alle Dinge effizienter machen, leichter machen, Häuser bauen, ist um ein Vielfaches leichter geworden als 1971. Aber trotzdem haben wir einen 10-fachen oder 12, 13, 14-fachen Anstieg der Immobilienpreise. Obwohl wir vielleicht in nur einem Drittel oder einem Viertel der Zeit eine Immobilie bauen können. Also das macht einfach gar keinen Sinn. Und dem steht natürlich auch die Geldmengenausweitung über. Also all diese Dinge hier zusammen ergeben am Ende die Inflation und machen eigentlich diese 2,2% zu einem Witz. Man wird eigentlich ständig enteignet. Und nun kommen wir auch schon zu den Folgen der Inflation. Denn ich glaube vielen ist gar nicht klar, was eigentlich am Ende so eine Inflation bewirkt. Und natürlich kommen wir noch gleich dazu, was Bitcoin da jetzt bringen kann, lösen kann, machen kann, tun kann. So, erstmal Inflation ist eine Enteignung. Ist eigentlich wie eine versteckte Steuer. Wir haben ja in Deutschland schon 40-50% Steuern, je nachdem wie viel man verdient. Manchmal auch ein bisschen weniger, aber das muss man auf jeden Fall noch mit reinrechnen. Plus, was ich vorher angedeutet hatte, mit dem technologischen Fortschritt. Dann haben wir dadurch eine unfaire Geldumverteilung. Also bedeutet eigentlich, wenige, zum Beispiel die EZB und ein paar andere, wissen immer besser Bescheid anscheinend, was die große Menge braucht, also was Angebot und Nachfrage sein soll, als die große Masse selbst. Und sie am Ende tun mit diesem Geld Drucken aus dem Nichts, entscheiden, wie Geld umverteilt wird und wem seine Lebenszeit sozusagen seine geleistete Arbeit, die er gerne konservieren möchte, in Geld entraubt wird. Und natürlich bietet es, ich habe letztes Mal auch darüber geredet, dass alles ein Anreizsystem ist und natürlich bietet ein Geld, was sehr stark inflationiert, keinen Anreiz mehr wirklich zu sparen. Also Sparen wird eigentlich bestraft, weil du dadurch jährlich enteignet bist. In manchen Ländern, wir zum Beispiel gerade in der Türkei, haben wir eine Inflation von 75% oder 70% und hättest du jetzt einfach nur das Geld auf der Bank gehalten, hättest du 70% weniger jetzt. Und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr traurig und du musst eigentlich dadurch anfangen zu spekulieren, Risiko einzugehen und es traurig ist, wenn du Risiko eingehst und du dann noch Gewinne machst, dann hast du nicht nur die Inflation, sondern du hast natürlich auch noch Steuern und wenn du dann das Geld versteuert hast, hast du wenn du merkst, hey, okay, Sparen bringt nichts, dann konsumiere ich lieber heute anstatt morgen oder Unternehmen fangen lieber an, irgendwelche Konsumgüter zu produzieren, mit ihren 10 Millionen, die sie auf der hohen Kante haben, weil es bringt ja nichts, die einfach zu halten. Dann haben wir vor allem eine Fehlderstellung von Angebot und Nachfrage. Man muss wissen, dass Preise ein Signal haben. Preise hier ist gerade ein Überfluss und somit kann sich der Markt von selbst regulieren. Wenn wir da aber eingreifen, subventionieren, Geld aus dem Nichts erschaffen, dann sind diese Preise keine Signale mehr. Sie können uns nichts mehr sagen, weil sie so verzerrt sind, dass wir es nicht mehr schaffen, sie richtig einzuordnen und dadurch nicht richtig reagieren können. Unternehmen können sich nicht richtig positionieren und wir kommen eine Schieflage langfristig. Dann haben wir natürlich negative Folgen für die Umwelt, weil einfach wenn wir unnötige Sachen produzieren, Konsumsachen, Plastik und und und, dann landet das natürlich alles in den Meeren und durch schlechtere Effizienz handeln Unternehmen natürlich auch weniger ökologisch. So, dann habe ich jetzt hier Kriege falsch geschrieben, fällt mir gerade auf, aber mehr Kriege. Natürlich jetzt schreit der ein oder andere auf, unter einem harten Geldsystem gab es auch Kriege und es wird auch Kriege geben, bin ich auch der Meinung, es wird immer Kriege geben, egal ob hartes Geld, weiches Geld oder mittelweiches Geld, es geht einfach um die Menge, denn ein Fiat-System, um zu funktionieren, muss sich langfristig ausdehnen, ausweiten, weil sonst wird es in sich irgendwann zerbrechen. So, dann glaube ich, der schlimmste Punkt oder der Punkt, der uns am meisten beeinflussen wird, kurzfristig vor allem sind mehr Regeln und mehr Überwachung. Um dieses ganze Fiat-System aufrechtzuhalten, die Inflation zu rechtfertigen, braucht man immer mehr Regeln und Gesetze. Wenn wir allein schon schauen, welche Gesetze durchgeboxt wurden in der Corona-Zeit oder auch kurz davor, kurz danach, also wir sehen einfach, es geht immer mehr in diese Richtung, Regulierung, Regeln aufbauen, sonst bricht das Kartenhaus in sich zusammen, Dinge kriminalisieren, wie zum Beispiel teilweise Bitcoin, Dinge dürfen nicht mehr privat gemacht werden, alles muss überwacht werden, Vermögensregister und 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 natürlich der Punkt Überwachung. Also am besten soll jeder Zahlungsstrom durch CBDC, durch digitales Zentralbankgeld natürlich überwacht und transparent sein und wenn irgendwas nur ansatzweise den Schein hat, dass es für Kriegsfinanzierung oder Terrorfinanzierung genutzt wird, sollte es komplett geblockt werden und wenige entscheiden natürlich darüber. Und das hat natürlich sehr, sehr negative Folgen und weil das auch klar ist und nicht erst seit gestern schon seit längerer Zeit wurde Bitcoin natürlich erschaffen als Antwort darauf, weil als das Internet aufkam in den 70ern, 80ern, 90ern haben schon viele gemerkt oder eine Gruppe gemerkt, dass diese Thematik durch das Internet und zwar viele Möglichkeiten gibt, aber vor allem auch die Welt so stark revolutionieren kann, dass unser Geldsystem nicht mehr privat ist, sondern komplett transparent ist und wenn das in der staatlichen Hand ist, dann gibt es wirklich eine komplette maximale Überwachung und keine Freiheit mehr. Das bedeutet, momentan müssen wir eigentlich dem Staat und den Banken vertrauen. Wir müssen denen vertrauen, dass sie das Richtige machen, die richtigen Entscheidungen treffen und mit ihren Statistiken und Zahlen und mathematischen Formeln immer alles voraussehen können, wie der Markt reagiert und somit das Geld richtig einsetzen, weil sie diese Wette auf die Zukunft machen. Aber unterm Strich wissen wir, dass das nicht funktionieren kann. Menschen machen Fehler. Menschen werden immer Fehler machen, egal wie gebildet oder welchen Doktortitel du hast und aus diesem Grund wurde Bitcoin 2008 das White Paper vorgestellt, um nicht mehr Einzelnen zu vertrauen, sondern des gesamten Kollektivs oder der gesamten Menschheit und das länderübergreifend. Auch wenn manche Länder sagen, wir mal Bitcoin verbieten oder es versuchen, ist trotzdem das gesamte Kollektiv über die ganze Menschheit verstreut. Jeder kann es nutzen, egal ob es verboten ist oder nicht, jeder kann Mining betreiben und somit können wir selber entscheiden, wo Bitcoin hingeht, wie sicher Bitcoin ist und wo wir langfristig uns positionieren wollen. Und diese Errungenschaft haben wir das erste Mal seit Anbeginn der Menschheit. Wir hatten noch nie in der Menschheitsgeschichte ein System, wo unabhängig von Drittparteien ist, wo wir niemandem vertrauen müssen, dass der ja die richtigen Entscheidungen mit unserem Geld trifft und unsere Steuern richtig benutzt und und und. Also wir haben wieder eine Wirksamkeit von uns und für uns. Und natürlich ist dieses System auch dazu da, um Trennung von Staat und Geldsystem einzuleiten. Genauso wie damals Staat und Kirche getrennt worden musste durch Martin Luther, muss jetzt die Trennung von Staat und Geldsystem passieren, weil Geld muss den freien Märkten, dem freien Markt unterliegen und das härteste Geld muss sich am Ende durchsetzen. Auch Bitcoin muss sich da beweisen und darf nicht durch einzelne Identitäten manipuliert werden, kontrolliert werden oder sonst irgendetwas. Und was Bitcoin am Ende macht, ist einfach diese Verschiebung der Macht wieder zum Volk und weg von einzelnen Identitäten wie Staaten, Banken oder große Institutionen. Denn nur wir als Kollektiv können entscheiden, in welcher Richtung Bitcoin geht, keiner kann Bitcoin angreifen, egal wie groß das Land ist, wie viel Hashrate, das Bitcoin-Netzwerk selbst ist immer stärker. So, und wir sind jetzt auch schon gleich am Abschluss und zum Glück baut, diese Skizze habe ich jetzt auch schon letztes Mal gezeigt, zum Glück baut Bitcoin auf dem Fundament der Physik auf. Physik, Mathematik, Ökonomie und Technik. Und darauf natürlich die Blockchain, das Proof of Work, die asymmetrische Verschlüsselung, das Hashing, Zeitstempel und am Ende die Dezentralität. Ich habe zu diesen Themen auch schon alle ein Video gemacht, ich habe genau erklärt, wie die Physik hinten dran funktioniert bei Bitcoin, die Mathematik, die Ökonomie, die Technik, aber auch das Proof of Work habe ich ganz genau erklärt, die Blockchain, die asymmetrische Verschlüsselung, Zeitstempel, Hashing, also all das habe ich schon erklärt. Schaut einfach mal in die EuroBitcoin Academy Playlist rein, da habe ich wirklich 50, über 50 Videos, wo ich ganz genau darauf eingehe. Aber weil Bitcoin eben genau darauf aufbaut, dieses Fundament sozusagen hat, bildet eigentlich diese Pyramide wieder ein neuer Baustein und bildet auch, oder dadurch ist klar, dass Bitcoin gewissen Regeln folgen muss, wie jetzt Schad 256 als Verschlüsselung, elliptische Kurvenkoptographie, 21 Millionen Bitcoin gedeckelt und dann geht es nicht mehr weiter, nicht einfach drucken, 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 sondern es ist wirklich ein Gut, was gedeckt ist und nicht weiter als 21 Millionen ausgeweitet werden kann, jeder muss es überprüfen können, wie als könntest du in jede Bank sozusagen reinschauen, jeden Tresor reinschauen, wenn man es jetzt mit Gold vergleicht, genauso kann man es sich jetzt hier auch bei Bitcoin vorstellen und weil wir wissen, okay, das sind die Fundamente, das ist das grundlegende Fundament von Bitcoin, wissen wir, dass Bitcoin am Ende Geld sein kann, es kann ein Rohstoff sein, aber darüber hinaus noch vieles, vieles mehr und falls sich das interessiert, dann schaut gerne mal ein Video an, warum Bitcoin alles verändern kann und auch der Teil 2 in Bezug auf KI, warum KI nicht ohne Bitcoin geht, dann wissen wir, dass das Potenzial extrem riesig ist, klar, es kann die Inflation bekämpfen, es kann einen deflationären Hauch in unsere Wirtschaft bringen, langfristig entweder als Gedeckung für das Fiat-System kurzfristig oder langfristig auch dann als eigenes, eigenständiges Geld, was wir nutzen können als Transportebene, als Kommunikationsebene, habe ich dazu alles schon Videos gemacht, wirklich sehr, sehr, sehr spannend, das hier ist nur der Anfang. Ich wollte mir diesen Videos einfach zeigen, welche negativ Folgen Inflation hat, es geht natürlich noch viel, viel mehr und es gibt viel, viel mehr, wir können darüber jetzt wirklich stundenlang reden, aber ich möchte einfach das Wichtigste einmal hier zusammenfassen, verständlich, so dass es jeder versteht und genau, falls diese Thematik interessiert, dann lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da, gerne ein Like da und falls ihr Themen habt, über die ich gerne eine Präsentation machen soll, ein bisschen drüber quatschen soll und es euch interessiert, dann lasst es mich gerne wissen, unten in den Kommentaren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich nächsten Sonntag und macht's gut, genießt die Sonne, genießt die Woche, startet gut rein und viel Erfolg.